Glück ist natürlich ein großes Wort, wo man, wo wahrscheinlich jeder von uns etwas anderes drunter subsummiert. Im Prinzip sind wir unser ganzes Leben auf der Suche nach einem Lebensglück. Und wenn man es finden will, dann muss man eigentlich bei sich suchen. Wenn man jetzt mal, also von dem Begriff Glück herkommt, da gibt es ja einmal die Situation, also einmal ist gemeint, man ist zufrieden, man hat Lebensglück und das andere ist ja auch so eine so glückliche Situation, du hast Glück gehabt, da hat man sozusagen aufgrund glücklicher Umstände, das sind sozusagen außenliegende Ereignisse, von einer Situation profitiert und das Glück im Übrigen ist dieser Begriff Lebensglück, da geht es ja eher darum, wie ich mich in meinem Leben wahrnehme und wie ich damit zurechtkomme. Das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge, die wir beide mit dem Begriff Glück belegen. Ich verstehe jetzt unser Gespräch mal, vor allem unter dem Gesichtspunkt, die Erreichung von Lebensglück.